Auf der Suche nach dem Metal Ariman, wie auch immer der heißt. Schön neu ausgerüstet. Das ist eine Bazooka. Oh, aber vielleicht muss ich die Skills noch neu machen. Upsi. Oh, kann ich hier gar nicht. Naja gut, fech. Wie teilt der jetzt so? So. Versteckt euch nicht, ich finde euch ja sowieso. Zack. Zack. Oh. Oh. Boom. Ja, jetzt muss ich einmal da rein. So. Oh. Ah, da ist er doch der Metal Ariman ran. Oh. Oh. So, ich habe jetzt Corea und die Suki dabei, stimmt ja. Oh. Und tschüss. 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 Oh. Oh. Boom. 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 Boom, she is einfach nur mit dem Dinger hier drauf. Oh, ich bin jetzt hier. Oh, ich bin jetzt hier. So, den haben wir schon mal. Den, 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 den. So, irgendwie muss ich doch jetzt hier finden. Ja, im Ödner läuft den Keller rum, als gehöre ihm die Gegend. Er hört auf niemanden und regelt alles mit Gewalt. Okay. So. Komm schon. 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 Nein! Die a pitiful death! Das war's für heute. yes na komm schon das schaffen wir irgendwie das ist man zu mögen danke Und hopp. Wow, der hat aber auch gut rein, ne? Nein! Na, komm schon! Ja, komm schon! So, dann kommt mal alle mit hier, wenn wir jetzt den richtigen Weg suchen. Ja, erstmal muss ich da hin. Ja, komm schon! Schaffst du es hier hoch? Der ist es, den habe ich doch vorhin schon besiegt. Schaffst du es? ja 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 Na komm schon! Mist! Halt mich jemand! Halt mich einfach, dann klappt es schon! No! Ja! 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 Oh! Ja! 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 Dann schauen wir doch mal. Dann schauen wir doch mal. Dann schauen wir doch mal. Dann go! Dann schauen wir doch mal. 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 Ich habe ja noch nie einen fliegenden Turm gesehen. Dann schauen wir doch mal. Mann! 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 machen wir